Hallo von der Lightpower Roadshow. Heute in Berlin bei Blackbox Music in der Probehalle 1. Ich wollte euch einfach mal einen groben Überblick verschaffen, was wir heute an Produkten überhaupt zu zeigen haben. Und vor allen Dingen, was wir an neuen Produkten in den kommenden Terminen in Köln und Wiesbaden noch zu zeigen haben. Anfangen wollte ich mit dem Robert-Juliat SpotMe System. Darauf montiert ist ganz normal ein normaler Follow-Spot. Da könnt ihr jede x-beliebige Größe nehmen. Egal wie hier ein Oz oder ein Alice oder auch wenn es ganz groß sein muss Richtung Cyrano oder welche Produkte auch immer. Spannend dabei ist, dass wir einen Server dabei haben, der nachher über Posi StageNet Daten vom Follow-Spot mit Pan und Tilt Sensor nachher unser Pult liefert. Und damit können wir quasi ein Stage Marker im Pult hin und her bewegen und über unseren Follow-Spot können wir Bitmap Effekte, Videoprojektion oder auch einfach Moving Lights als Hinterlicht ganz einfach mit dem Follow-Spot fernsteuern. Das ermöglicht euch natürlich deutlich mehr Vielfalt und kreative Tools, um mit dem Follow-Spot arbeiten zu können. Verbunden wird das Ganze einfach über Netzwerke mit der Konsole. Kommunizieren tun sie über Posi StageNet, über Telnet und nachher über einen FTP-Server, wo die ganzen Daten hin und her geschickt werden. Das Modell, was wir hier haben, ist übrigens LED-basiert mit 600 Watt und damit können wir ungefähr ein 1200 Watt Endlader ersetzen. Macht also natürlich zum Energiesparen auch noch Sinn. Und so heiß wird das Ganze auch nicht mehr. Machen wir den wieder aus, würde ich sagen, gehen wir nochmal ein Häuschen weiter. Da haben wir von Martin die Rush und die Aera Produkte. Die Rush Produkte sind tatsächlich wirklich preisgünstig und damit auch ideal für den Einstieg oder auch für Clubs in Diskotheken oder kleine DJs. Da haben wir angefangen von kleinen Spotlights, Washlights, wie hier oben MH5 und MH6. Über mir ein Beam Light mit einem 250 Watt Gasentladungsleuchtmittel oder auf der Seite den Rush MH10 BMFX mit einem netten Effektring außenrum. Was die Lampen nachher genau machen, da würde ich euch einfach einladen, nochmal nach Köln oder Wiesbaden zu kommen. Des Weiteren, was sich ein bisschen einordnet zwischen der Rush und der Max-Serie von Martin, ist die neue Aera-Range. Hier mit dem Aera 300 mit 260 Watt Weißlicht-LED-Leuchtmittel. CMY-Vertmischung, zwei Gobo-Rädern, eine Prisma, Zoom-Fokus, alles was dazugehört. Hier auf dem Case haben wir noch stehen, drei Paar-Scheinwerfer, unter anderem den Rush Paar 3 mit dem COB-Chip, den Rush Paar 4 als UV-Scheinwerfer. Damit könnt ihr wunderbar 400 Watt Pressglaskolben UV-Scheinwerfer ersetzen, jetzt mit 100 Watt LED-Leistung. Und die Rush Paar 2 mit derselben Optik und dieselben LEDs, die im Rush MH6 drin sind, das als statische Paar-Scheinwerfer-Variante. Um von den kleinen und deutlich preisgünstigen Geräten mal weiterzugehen, haben wir natürlich auch noch Mac und die großen Geräte von Ayaten dabei. Kommt doch einfach mal mit. Bevor ich es vergesse, die ganzen Geräte müssen natürlich auch mit Spannung versorgt werden. Dafür haben wir sämtliche Varianten an DMX-Verteiler, Netzwerkswitche oder auch Major-Stromverteiler. Spannend dabei ist, ihr könnt bei uns anrufen und sagen, welche Stecker, welche Sicherung, welche Eingänge ihr genau braucht. Wir können funktionieren die nach euren Wünschen und damit seid ihr dann, egal ob für Messe, Events, Theater, ideal gerüstet. Und die Spannung geht dann zu den Scheinwerfern. Hier am Anfang seht ihr direkt den Aura XB. Ganz bekanntes Gerät mit der Aura Linsen-Hinterleuchtung und genauso von Martin, wenn wir ein bisschen weiter höher gehen, sind dann die Mac Encore. Extrem leise, extrem hohe Farbwiedergabe, also der ideale Scheinwerfer, egal ob als Washlight mit einer Fresnel-Linse oder als Performance-Gerät mit Blendenschieber für den Theater- und TV-Einsatz. Hier im unteren Bereich haben wir die kleinsten Geräte von Ayaten mit einer 300 Watt LED-Engine. Das ist der Levante als Washlight, der Diablo mit Blendenschieber oder der Mistral als Spot mit zwei Gobo-Ebenen. Ideal für die kleinen Stadtfeste oder mittelgroßen Events oder als Floorlights. Wenn ihr dann ein bisschen mehr Leistung braucht, weil ihr Richtung Stadion-Events geht, ist der ideal der Kamsin oder Bora mit 750 Watt LED-Leistung. Alle Geräte von Ayaten gibt es entweder als S-Variante. Das bedeutet, wir haben eine geringere Farbwiedergabe, dafür deutlich mehr Output. Wenn wir dann Richtung Theater- oder TV-Anwendungen gehen, gibt es noch die TC-Variante für True Color. Die hat ein bisschen weniger Output, aber dafür einfach eine deutlich höhere Farbwiedergabe und eine deutlich schönere Farbmischung nochmal. Auf dem Boden hier liegen, haben wir die DALIS Fußrampen. Ideal, um eure Künstler in verschiedenen Farben oder auch als Kalt-Weiß-Warm-Weiß-Variante von unten zu beleuchten. Spannend ist, dass wir da drin Positionslampen haben. Ihr könnt sie leider gerade nicht sehen, weil wir die Geräte ausgeschaltet haben. Damit könnt ihr euren Künstlern sagen, wo quasi im Dunkeln die Bühnenkante ist oder ob der Künstler richtig steht, ob er falsch steht oder wo Künstler A hin soll oder Künstler B. Und wenn das Ganze nicht drinnen stattfindet, wo diese Geräte ideal eingesetzt werden, sondern wir in den Outdoor-Bereich gehen oder eine Open-Air-Festival-Bühne haben, dann haben wir von Ajat den Perseo. Das ganze Gerät ist IP-zertifiziert, dadurch natürlich ein bisschen schwerer, aber dafür braucht ihr halt keine Domes mehr. Hier haben wir eine 500 Watt LED-Engine drin und erreichen damit tatsächlich 27.000 Loomen über einen riesengroßen Zoom-Bereich mit einem Framing-System da drin. Zwei Prismen, zwei Frostfiltern, zwei Gobo-Ebenen, Animationssystem, CMY-Fartmischung, CTO, also alles, was das Herz begehrt und das Ganze halt darf im Regen stehen, auf der Bühne, an der Frontrasse, völlig egal, wenn es nass wird. Hier im Hintergrund seht ihr von Martin die neuen Videogeräte, unter anderem die Atomic Dots, die Meckelür, Skeptron und Fetron. Gesteuert wird das Ganze über den P3-Controller, der dann mit der nächsten Software-Version auch tatsächlich kostenlos als PC-Variante für den Einstieg zu erhalten ist. Spannend ist bei den Moving Lights, dass wir über eine 7-Segment-RGBW-LED verfügen und damit könnt ihr quasi Pixelbeams erzeugen und das ganze System videomappen. Das Ganze funktioniert über einen DVI-Input an den P3-Controller. Daran könnt ihr jeden handelsüblichen Medien-Server anschließen, egal ob es eine VPU ist oder ein Hypothiser oder welche Produkte auch immer. Das Ganze schlussendlich macht es natürlich auch spannender, wenn ihr den P3-Controller nur zum Einrichten nehmt und gar nicht den Medien-Server, den Medien-Input nehmen wollt, weil ihr schlussendlich eure Lampen von da adressieren könnt, den Mode einstellen könnt oder auch bei den Atomic Dots die reine DMX- oder Artnet-Streaming-ACN-Adressierung vornehmen könnt. Bei den Skeptron und Phetron habt ihr zusätzlich noch eine riesengroße Auswahl an Diffusoren. Man sieht das ganz gut, wenn wir ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Die Diffusoren gibt es in flach, in eckig, in grau oder in weiß oder mit Stegen dazwischen. Das heißt, ihr könnt mit einem Gerät eine riesengroße Vielzahl an Lux erzeugen, auch von der Montage her. Mit TV-Zapfen, Omega-Bügeln, Half-Cuppler und damit halt einfach Lux kreieren, wie ihr wollt. Auch die Geräte sind dann wasserlich. Um von den Effektgeräten wegzugehen, würde ich sagen, schauen wir uns da hinten noch einfach mal die statischen Scheinwerfer an. Da hat Film-Gee nämlich einige neue Stufenlinse gebaut von verschiedenen Leistungsklassen. Über 90 Watt, über 150 Watt, 300 Watt und 500 Watt. Die Geräte in der 90 Watt Klasse, die wir aktuell noch nicht hier haben, aber in der 150 Watt und 300 Watt Klasse als Bicolor Variante. Schön ist dann, dass sie wirklich über einfache Knopfdrücke entscheiden können, ob wir jetzt wirklich im Kunstlichtbereich von 27 oder 3200 Kelvin bis hin zu 6000 Kelvin arbeiten können. Macht es gerade auf Messen total einfach. Das Ganze gibt es ja nun mal kleiner mit 150 Watt oder wenn ihr richtig Schwung braucht, das Ganze mit 500 Watt. Das allerdings dann entweder Warmweiß- oder Kaltweiß-Variante. Damit könnt ihr ca. eine 1200 Watt-Gasentladungs-Variante in der Kaltweiß-Variante erzeugen. Also ideal, wenn ihr keine Dimmer mehr schleppen wollt, Klarkast schleppen wollt und der Stromverbrauch ist natürlich auch deutlich geringer im Vergleich zu herkömmlichen Gasentladern und sowieso als Halogen-Scheinwerfer. Weg von LED-Geräten mit Stufenlinsen-Optik haben wir hier eine Flächenleuchte von DMG Lumiere. Das ist der SL1 in der Mix-Variante. Mix bedeutet, wir haben sechs Farbchips dabei. Das heißt, wir können einen relativ großen Farbtemperaturbereich abdecken und auch verschiedene Farben, gerade True Rosco Colors oder True Rosco Gels erzeugen. Das bedeutet, wenn ihr herkömmliche Farbfilter habt, egal ob Warmweiß oder Kaltweiß in der Daylight- oder Tanksten-Variante, könnt ihr hier wirklich die echten, bekannten Rosco Filter damit nachbilden. Das ist die mittlere Größe, das ganze Gerät ist nochmal ein bisschen kleiner. Können wir uns einmal von hinten angucken. Mit dem Controller, dem Netzteil. Spannend ist natürlich für EB-Drehs, ihr könnt das Netzteil einfach abnehmen und dann schlussendlich mit einem Akkuset betreiben. Ganz normal mit V-Mount-Adapter. Die nächste Größe-Variante ist das SL1. Das ist das Maxi-Mix. Das ist dann nochmal etwa doppelt so groß. Könnt ihr über eine kostenlose App steuern oder über DMX, über Artnet oder auch über Lume Radio. Damit also auch Funk betreibbar. Weg von Flächenleuchten würde ich sagen, gucken wir uns da drüben mal die Profile an. Da haben wir von Martin zwei Geräte. Gibt es mit 250 Watt Leistungsklasse. Einmal als Warmbeiß-Variante mit 3000 Kelvin. Ist ganz praktisch, wenn man gerade im Theater aus der Gasse oder aus der Front noch herkömmlich Halogen leuchtet, kann man da wunderbar mit einem sehr, sehr hohen Farbwiedergabewert mit LED-Scheinwerfern, mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme, Beleuchtungsgeräte nutzen. Wenn es aber mit Farbe sein soll, haben wir noch den ELP in der CL-Variante. Das bedeutet, wir haben einen 5-Farb-LED-Chip, Rot, Grün, Blau, Ember und Lime. Mit dem Ember und Lime haben wir die Möglichkeit, das Farbspektrum bei einer nur RGB-Mischung aufzufüllen und damit auch eine sehr hohe Farbwiedergabe zu erreichen. Zusätzlich könnt ihr bei der Farbvariante noch entscheiden, ob ihr entweder im High-Output-Mode sein wollt oder im High-Quality-Mode, also je nach Anwendung, die ihr einfach haben wollt. Aktuell gibt es die Geräte mit Festoptiken, wird aber dauerhaft auch dann mit Zoom-Optiken verfügbar sein. Praktisch ist auch hier oben dran, wir haben über eine Zahnstange einen Fast-Focus erreicht. Das heißt, ihr seid im Rig, nutzt eure Blendenschieber, leuchtet ein und könnt dann mit dem Zahnrad sauber fokussieren, dass ihr den Fokus wirklich auf den Blendenschieber habt. Ist nur nicht Kleinigkeit, macht das Leben aber wirklich einfacher. Verkabelung über DMX, Power-Control-One, In-and-Out, Standard, wie ich finde. Dann nochmal weg von den Beleuchtungslampen haben wir natürlich auch nochmal ein paar Effektgeräte dabei oder auch Geräte, mit denen ihr einen super Look für eine Sendung kreieren könnt oder auch für spezielle Rock'n'Roll Shows. Das sind von Portmandy Geräte. Die gibt es entweder als Halogen-Variante, wie hier den P3 Pixel oder den Hexaline. Da haben wir 230 Watt Halogen-Leuchtmittel drin, damit natürlich auch mal einen einigen Punch haben. Wenn ihr wirklich ein Gerät habt, womit ihr einen Look kreieren wollt, gerade auch mit den Reflektoren im Hintergrund, ist das der P1 Mini-LED. Da haben wir LED-Filament drin mit 3 Watt Leistung und im Hintergrund noch Hinterleuchtung. Könnt ihr dann zwischen Rot, Grün, Blau frei wählen. Auch die Reflektoren gibt es in verschiedenen Farben und auch das Gehäuse könnt ihr frei pulvern lassen, wie ihr das haben wollt. Also super, um wirklich Looks zu kreieren, die absoluten Wiedererkennungswert haben. Da wir nicht nur Lampen hier haben, sondern natürlich auch bekannt sind, dass wir Pulte vertreiben und euch einen Service und Support dafür geben, haben wir die neuen MA3 Konsolen hier. Was die Software da Neues bringt und was wir da an Raffinessen verbaut haben, das würde ich sagen, guckt euch doch einfach hier vor Ort an. Wir haben verschiedenste Größen stehen, von der Full Size über die Light und die Compact XT. Verschiedenste Größen, die Kollegen freuen sich drauf, wenn sie mit euch ein bisschen quatschen können. Also würde ich vorschlagen, übernächste Woche sind wir noch in Wiesbaden und Köln. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und haben immer ein offenes Ohr für euch. Also bis dahin, vielen Dank!